Ich leite hier in Brooklyn, New York, ein Haus namens St. Francis Home. Es wurde 1967 von Pater Benedikt Kröchel begonnen und er hatte mir die Leitung vor 27 Jahren übergeben. Diese jungen Männer stehen vor vielen Problemen, wenn sie hierher kommen. Sie kommen wegen Drogen, Alkohol und wirtschaftlichen Problemen hierher. Dingen, mit denen junge Männer heute in einer vaterlosen Gesellschaft aufwachsen. Fast jeder junge Mann, der hierher kommt, wurde entweder aus der Schule geboren oder hat die Schule verlassen. Und wenn du einige Dinge sehen würdest, die sie getan haben und du selbst Lehrer gewesen wärst, hättest du sie bestimmt auch gebeten zu gehen. Diese Umgebung hier ist jedoch eine auf Christus hin ausgerichtete. Weißt du, diese jungen Männer, die vaterlos aufgewachsen sind, kommen hier an und dann betrachten sie Gott als Feind, weil ihr leiblicher Vater der Feind war. Es ist also schwierig, die Verbindung herzustellen. Aber im Laufe der Zeit werden die Verbindungen hergestellt. Und man kann beobachten, wie andere Männer oder die Franziskanerbrüder zum Beispiel, die Christus wie ich nachfolgen, ein Beispiel für die Jungs hier werden. Weißt du, was ich von den jungen Männern gelernt habe? Dass sie nicht sehr gut zuhören. Aber sie beobachten alles, was du tust. Und so kann ich ihnen ein Beispiel geben. Wenn ich einen Nagel in eine Wand hämmerte und ein weiterer Hammer und ein Nagel auf den Boden lägen und ich diesen Nagel einfach weiter einhämmerte, würde einer der jungen Männer ihn aufheben und nicht kopieren. Sie würden bald das Gleiche wie ich tun. Aber wenn ich sie darum bitten würde, würden sie es vielleicht nicht wollen. Wir gehen also mit gutem Beispiel voran. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass ich jemandem sage, wenn es ein Problem gibt, weißt du, wer dieses Haus leitet? Und sie werden sagen, ja, du, Joe. Und dann sage ich, nein, Gott leitet dieses Haus. Ich nehme Anweisungen von ihm entgegen. Und in diesem Moment wissen sie nichts mehr zu sagen. Und sie mögen es. Sie mögen es einfach, weil es eine Hierarchie gibt und sie es nicht sind. Und ich bin es nicht einmal, aber es ist Gott selbst. Als ich in die USA zurückkam, wusste ich wirklich nicht, was ich mit meinem Leben anfangen würde. Aber ich wusste, dass ich kein Geschäftsmann mehr sein würde. Und dann traf ich die Franziskaner der Erneuerung. Für mich war das ein Zeichen. Weniger zu haben war für mich immer mehr. Und als ich die Brüder traf, stellten sie mich Pater Benedikt Kröchel vor. Ich ging damals zu ihm, um mit ihm über meine Erfahrungen zu sprechen. Und die erste Frage, die er mich fragte, war, was ist das Problem? Das Problem bin ich. Ich denke, ich bin verrückt. Und er sah mich an und sagt, warum denkst du, dass du verrückt bist? Ich sagte, weil ich im Begriff bin, alles wegzugeben, um nur mit den Armen zu arbeiten. Ich bin dabei, mein ganzes Leben dafür aufzuopfern. Er sagte, nun, du bist wirklich verrückt, aber diesmal wettest du für das richtige Team. Das war das erste Mal, dass mir jemand in dieser Sache zustimmte. Und er war Priester und Professor, er war Arzt und er war Psychologe. Er war jemand, der gebildet war und mir sagte, ich solle meinen Traum folgen und dem Wunsch meines Herzens folgen. Und ich habe ihm geglaubt. Ich habe ihm geglaubt. Es gab jemanden in meinem Leben, der mir sagte, das ist gut, nicht negativ, höre nicht auf die Welt. Pater Benedikt sagte mir, Joe, wenn du diesen nächsten Schritt machst, geh einfach nur den nächsten Schritt. Er hat es wirklich einfach gehalten. Er sagte, schau nicht zurück. Und das habe ich nie getan. Und dann stellte er mir das St. Francis Haus vor. Und der Rest ist Geschichte. Und dann stellte er mir das St. Francis Haus vor.